Alles was zählt, Vorschau, Folge 3781 am Montag 27. September 2021 Nathalie kann nicht optimistisch bleiben. Isabelle versteckt ihre Gefühle. Der Prozess gegen Maximilian steht an. Angesichts der jüngsten Ereignisse fällt es Nathalie schwer, optimistisch zu sein. Sie macht sich auf das Schlimmste gefasst. Isabelle zeigt nach außen eine kühle Fassade, innerlich setzen ihr viele Dinge heftig zu. Chiara erkennt überrumpelt, dass Moritz überstürzt verschwunden ist. Doch nicht nur ihr bleibt Moritz eine Erklärung schuldig.